Mein Name ist Bernd Krucker und ich bin Geschäftsführer der Firma PBU-CRD-System und zwar in Deutschland. Wir haben den Solution Partner Level Platin und sind im Solid Edge Umfeld Smart Expert Partner, sind aber gerade eben auch dabei die Zertifizierung für Smart Expert im NX Umfeld auch zu erreichen. Unsere Motivation, den Smart Expert Partner Status zu erlangen, war einfach auch ein gewisser Qualitätsanspruch, den wir im Unternehmen haben und um uns auch von anderen zu differenzieren und auch außen hin zu zeigen, wo unser Fokus liegt. Die Veränderung, die wir in unserer Kundenbasis festgestellt haben, ist, dass einfach auch aufgrund der immer komplexer werdenden Prozesse auch die Anforderungen, die der Kunde an uns und unsere Mitarbeiter stellt, wesentlich gestiegen sind. Dadurch sind wir auch gefordert, eben unsere Kompetenz weiter auszubauen, um unseren Kunden eben mit noch mehr Know-how in den speziellen Prozessen weiterzuhelfen. Also wir sind zum Beispiel vor anderthalb Jahren in ein Projekt gegangen, das ursächlich als reines PLM-Projekt sich zunächst zeigte und haben relativ schnell erkannt, dass es dort um weitaus komplexere Prozesse geht, speziell im Bereich des Werkzeug- und Formelnbaus, speziell im Bereich Spritzgusswerkzeuge. Das ist ein sehr Spezialistenthema, würde ich es nennen. Wir haben dort eben auch zunächst auf der einen Seite von der CAD-Seite die entsprechenden Prozesse erarbeitet und dann ganz wichtig uns auch zusätzlich aus der Partnerlandschaft die Spezialisten mit an Bord geholt und haben es so geschafft, ein wirklich tolles Projekt zu stemmen, das uns einen Umsatz über eine halbe Million gebracht hat und jetzt per per auch weiter ausgebaut wird. Wir nutzen die Produkte und Lösungen von Siemens dazu, um zum einen auch unser Unternehmen auch breiter aufzustellen, das halt weitaus über das reine CAD-PDM-Thema hinausgeht und werden peu à peu sukzessive unser Portfolio ausbauen, so dass wir das, was der Kunde draußen eigentlich erwartet, der erwartet einen Ansprechpartner, der ihm im kompletten Lösungsumfeld hilft, dass wir das auch abdecken können und das schließt auch sehr enge Zusammenarbeit mit Partnern, die auf spezielle Themen fokussiert sind ein. Wir differenzieren uns gegenüber unseren Wettbewerb zum einen dadurch, dass wir halt wirklich versuchen, dem Kunden die für ihn passendste Lösung eben anzubieten und ich glaube, eine unserer Stärken ist, wo wir auch uns differenzieren, ist, wir versuchen dem Kunden zuzuhören und gehen ganz offen und ehrlich mit dem Kunden um uns und geben dann auch eine Empfehlung ab, was aus unserer Sicht für seinen Anonyms-Zweck das bessere Produkt ist. Ist das Produkt A der Solid Edge oder ist das Produkt WNX? Also das ist unser Ziel und wir als Partner, wir leben davon, von langfristigen Kundenbeziehungen und auch von Referenzen und das ist eines der weiteren Kriterien, dass wir zu all unseren Kunden können wir Interessenten schicken, die einfach nur beste Referenzen über uns abgeben. Der Smart Partner Status heißt für uns zum einen Vision für die Zukunft und Anerkenntnis dessen, was wir bisher geleistet haben.